Ich halte einfach diese Entwicklung in den Kirchen für hochproblematisch. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Kollegen und die Kirchenleitungen gemeinsam mich binnen ungefähr vier Monaten von sämtlichen Ämtern befreit haben. Ich habe ein Disziplinarverfahren vermieden, in dem ich einfach gesagt habe, ich verabschiede mich freundlich. Die Angst, selber sozusagen ein Betroffener zu sein, selber ausgegrenzt zu werden, selber den Beruf zu verlieren, die ist ganz, ganz stark. Dieser Staatsapparat versucht im Moment, jeden einzuschüchtern auf der Ebene, wo es funktioniert. Es geht im Grunde genommen nur um die Frage des Machterhalts eines korrumpierten Systems. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 22. Ausgabe der Wendezeit hier aus den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages. Wir begrüßen zum einen im Deutschen Bundestag den Pfarrer Herrn Martin Michaelis aus Sachsen-Anhalt. Die Evangelische Kirche hat jüngst ein Disziplinarverfahren gegen Sie eingeleitet. Warum? Das erklären Sie heute in der Sendung. Schön, dass Sie da sind, Herr Michaelis. Als weiteren Gast begrüßen wir Herrn Christian Stockmann. Herr Stockmann, Sie sind leitender Pastor einer Berliner Freikirche und Gründer der Vereinigung Christen im Widerstand. Während Corona verteilten Sie hunderttausende Broschüren zur Impfaufklärung. Wie Sie das realisiert haben, das verraten Sie uns heute. Schön, dass Sie in Berlin dabei sind. Danke. Auf Seite der AfD freuen wir uns, dass der Bundestagsabgeordnete Dr. Götz Frömming dabei ist. Sie sind parlamentarischer Geschäftsführer im Vorstand der Bundestagsfraktion und Mitglied bei den Christen in der AfD. Herr Dr. Götz Frömming, herzlich willkommen. Und Dr. Rainer Rothfuß, einst Juniorprofessor an der Universität Tübingen, heute Abgeordneter der Alternative für Deutschland im Bundestag mit den Schwerpunkten EU und Geopolitik. Und auch Sie sind bei den Christen in der AfD. Vielen Dank, dass Sie heute auch dabei sind. Herr Dr. Rothfuß, ich fange direkt bei Ihnen an. Sie haben sich das Thema heute ausgesucht. Warum Kirche? Für mich ist das eine ganz, ganz brisante Entwicklung, die sich jetzt, ich würde sagen, seit Beginn der Corona-Zeit verschärft hat, dass die Kirchen sich zu Handlangern der Regierungsgewalt machen. Ich sage bewusst nicht Staatsgewalt, sondern der Regierungsgewalt. Also Sie machen sich mit Positionen eigen, Sie machen sich Positionen zu eigen, Sie machen sich mit Positionen gemein, die wissenschaftlich umstritten sind, aber sie folgen einfach der Regierungsvorgabe und üben Druck aus auf Abweichler. Und Sie schalten sich in den politischen Wettbewerb ein, als seien Sie auch eine Partei. Also so zumindest nehme ich es wahr, als Vertreter einer Partei und als ehemaliges Mitglied der evangelischen Kirche. 2016 bin ich ausgetreten. Die Gründe kann ich vielleicht später noch gerne sagen. Und ich halte einfach diese Entwicklung in den Kirchen für hochproblematisch. Und ich denke, dass nicht nur aus Sicht der AfD, sondern ich denke, dass auch aus Sicht der Kirche halte ich es für hochproblematisch, wenn sich die Kirchen nicht ihres ureigensten Auftrages besinnen, die Lehre Jesu zu verbreiten und auch mutig mal im Gegenwind stehend zu vertreten, sondern immer zu schauen, was sagt der Mainstream, was sagen die Medien, was will die Macht. Und das verstärke ich nochmal und schaue, dass meine Gläubigen bei der Diakonie, sogar die Mitarbeiter auf Linie bleiben. Und wer ausschert, wird bedroht oder wird suspendiert oder was auch immer. Und deswegen habe ich mir diesen Titel gewünscht, weil ich es als politische Hetzjagd empfinde. Und ich will nicht, dass wir das von unserer Seite mit gleichen Mitteln beantworten, aber ich will, dass es mal in den Raum gestellt wird, diskutiert wird, damit vielleicht auch eine Kurskorrektur mal beginnen kann. Können Sie das bestätigen, was Herr Dr. Rutsch gesagt hat? Sie waren ja, sagen wir, normal in der Kirche bis 2020. Und dann passierte Folgendes. Können Sie das den Zuschauern mal erklären, was mit Ihnen passiert ist? Das kann ich gerne tun. Also ich bin bis in das Jahr 2022 Vorsitzender der Pfarrvertretung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gewesen und Vorsitzender der Pfarrer Gesamtvertretung aller Lutherischen Kirchen in ganz Deutschland, also der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands. Und habe mir dann gewagt, einige Texte herauszugeben. Den ersten seit Nüchtern und Wachet bereits zu Ostern 2020. Ich hatte da meine Bedenken, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht und habe da schon einige Fragen gestellt bezüglich der Corona-Politik und habe dann Ende 2021 auf einer Demonstration einer Lüchterkette eine Sieben-Minuten-Rede gehalten, dreimal. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Kollegen und die Kirchenleitungen gemeinsam mich binnen ungefähr vier Monaten von sämtlichen Ämtern befreit haben. Wegen einer Rede oder wegen dieser? Wegen dieser einen Rede. Naja, es gab noch einen kleinen Trick dabei. Ich sollte dann, wenn ich wieder auf einer Demo spreche, das bekannt geben vorneweg, damit sie nicht überrascht sind. Das habe ich getan, als ich im März 2022 in Halberstadt mich geäußert habe in einer Andacht, also bezogen auf biblische Texte, gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und hatte das also vorneweg gemeldet und habe vom Souvenanten die Nachricht bekommen, dass er keinen Grund sieht, mich zu bitten, das nicht zu tun. Ich wusste auch keinen, konnte ich ihm nicht helfen. Und dann hat aber der Personaldezernent drei, vier Stunden vorher mir mitgeteilt, dass er mich auffordert, nicht zu sprechen. Ich habe zurückgefragt, auf welche Rechtsgrundlage es sei alles genehmigt, alles vorbereitet, alles beworben. Soll ich ans Mikrofon gehen und sagen, dass mir verboten worden ist, zu sprechen? Habe ich keine Antwort bekommen, stattdessen ein Disziplinarverfahren wegen Ungehorsams. Und dasselbe Spiel habe ich jetzt eben nochmal erlebt. Da ging es um die Frage meiner Kandidatur. Ich bin in Quiddlenburg gefragt worden, für ein schlichtes Stadtratsmandat zu kandidieren, als Parteiloser auf der Liste der AfD. Und ich kenne die Leute dort gut, mit denen ich diese Aufgabe dann in der Fraktion gemeinsam bewältigen werde. Das sind zu einem großen Teil auch Christen. Also jedenfalls sind sie in dieser Fraktion im Verhältnis an der Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich vertreten. Auf jeden Fall. Und ich habe das mitgeteilt, ordnungsgemäß, wie sich das nach dem Vordienstgesetz gehört. Und da bin ich dann schon massiv bedroht worden mit dem Verlust der Vorsteller. Das wurde mir angekündigt, die ich damals versehen habe. Und habe dann Ende März noch ein Schreiben aus dem Landeskirchenamt bekommen, dass ich binnen vier Tagen meinen Rücktritt von dieser Kandidatur zu erklären hätte. Und mit dem Schreiben bin ich so umgegangen wie Martin Luther mit der Bannandrohungsbulle. Ich habe den Termin halt verstreichen lassen und verbrannt habe ich es nicht. Wer braucht das vielleicht noch im Gerichtsverfahren, das Schreiben. Und habe also an dieser Kandidatur festgehalten und habe dann Anfang April dafür ein Disziplinarverfahren bekommen. Wieder wegen Ungehorsam, weil ich auf dieses Schreiben nicht wunschgemäß reagiert habe. Aber da steht natürlich eine rechtliche Würdigung noch aus. Ist doch schon ein schwebendes Verfahren, ja. Ja, also jetzt im Moment laufen zwei Disziplinarverfahren gegen mich, wegen Ungehorsam. Für eine lutherische Kirche nicht besonders gutes Aushängeschilden. Nicht wirklich, ja. Also es ist ja evangelische Kirche, richtig. Jetzt haben wir Herrn Stockmann, Sie sind bei der Freikirche. Können Sie den Bürgern mal kurz so abreißen, was der Unterschied ist? Katholisch, evangelisch ist ja den meisten bekannt. Aber was ist Ihre Besonderheit? Ja, das ist in Deutschland, eigentlich speziell in Amerika, sind alle Kirchen eigentlich Freikirchen. Und in ganz vielen Ländern auf der Welt, Afrika, sonst wo. In Deutschland gibt es ja die Kirchensteuer. Und die gibt es eben nur für die evangelischen und die katholischen. Dass das quasi direkt abgeführt wird. Und Freikirchen sind eigentlich vorrangig als gemeinnützige Vereine organisiert. Und dann in größeren Körperschaften des öffentlichen Rechts, so nennt sich das in Deutschland. Und da gibt es Baptisten, Methodisten, FEGs, EFGs und wie die alle heißen. Und unser Bund hieß Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Da war ich bis 2020 Pastor und im April 2020, nachdem ich meine erste Predigt YouTube im März, 21. März 2020 veröffentlicht hatte, sehr deutlich. Zu Corona. Ja, Corona, genau. Sehr deutlich gesagt, Leute, lasst uns so kompromisslos wie Daniel, wie Schadrach, Mischach und Abednego aus dem Buch Daniel sein. Wenn verboten wird zu beten, dann gehen wir erst mal direkt ans Fenster und beten dreimal am Tag. Also mit solchen sehr deutlichen Worten habe ich gesagt, das ist kompletter Wahnsinn, das kann gar nicht wahr sein. Und dann liefen die Telefone heiß und im April rief man dann bei mir an, was man denn machen kann. Und ich habe gesagt, ja, so, wie kann ich euch denn weiterhelfen, also den Brüdern im Bund? Ja, also am besten, wer du gehst. Da habe ich gesagt, dann tue ich euch den Gefallen. So viel an mir liegt. Also ich bin dann, ich habe ein Disziplinarverfahren vermieden, in dem ich einfach gesagt habe, ich verabschiede mich freundlich. Das war April 2020. Wir sind jetzt auch mit einer anderen Stelle beschäftigt, weil das Finanzamt Ende Dezember 2022 uns die Gemeinnützigkeit mit völlig absurden Gründen aberkannt hat. Ja, und das ist bis heute noch offen. Das wird dieses Jahr spannend, ein Showdown vielleicht vor dem Finanzgericht Cottbus. Der Verfassungsschutz unterstellt mich staatsdelegitimierendes Verhalten. Ich halte das für voll und ganz demokratisch, was ich gemacht habe. Ja, wir haben immer aufgefordert, wir wollen die Grundgesetze einhalten und sind für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft aufgestanden. Das war uns wirklich sehr, sehr wichtig. Und das als Organisation, als Verein, Christen im Widerstand? Nein, wir waren schon vorher der Mandelzweig e.V. Es war klar, hätte man versucht, im Jahr 2020 einen Verein zu gründen, der Christen im Widerstand, heißt, dann hätte man sicherlich keine Gemeinnützigkeit bekommen. Also wir haben das Ganze, ja, genau, den Verein gab es schon und wir haben ja nicht viel gemacht. Wir haben keine offizielle Mitgliedschaft, wir haben nur ein Netzwerk quasi gegründet, eine neue Webseite gestartet und haben versucht, Menschen zu ermutigen, weil im ganzen Land gab es verzweifelte Christen, die plötzlich drei Monate lang keinen Gottesdienst mehr hatten. Also ähnlich wie die Polizisten für Aufklärung, Anwälte für Aufklärung, kann man sagen. Wir waren schon vorher da. Ach, vorher schon? Wir waren schon vorher da, ja. Okay. Wir waren ein bisschen schneller. Ja, aber ganz ähnlich, da haben wir uns getroffen und da habe ich ganz, ganz viel Seelsorge vor allem gemacht, im ganzen Land mit Menschen telefoniert, die fertig waren, die ja auch Verfolgung erlebt haben mit ihren Kindern. In den Schulen Unfassbares, was da passiert ist, ne? Ja, da können wir gleich nochmal gerne drauf eingehen. Ich möchte zu Herrn Götz-Freundigen noch mal kommen. Sie engagieren sich bei den Christen in der AfD. Warum? Ja, das war eine Entscheidung, die kam nach einem Gespräch mit Joachim Kuhs, der ja auch, glaube ich, zu den Gründungsmitgliedern der Christen in der AfD gehörte. Wir trafen uns am Rande, glaube ich, einer Bundesprogrammkommission und ich habe es so ein bisschen erzählt von früher und ich habe, sage ich mal, eine christliche Vergangenheit, christliche, komme aus einer christlichen Familie und war früher selbst auch in der Kirche aktiv als Lektor beim Lutherspiel und so weiter. Aber dann kam irgendwann, wie bei so vielen, ein Unbehagen mit der Amtskirche, wie man immer so sagt. Und ich bin dann schon in jungen Jahren ausgetreten und seitdem auch nicht mehr eingetreten und habe mein Christentum sozusagen eher alleine mit mir herumgetragen und auch nicht so richtig gewusst, wohin damit. Vielleicht wäre eine freie Kirche da eine Möglichkeit gewesen, aber die liefen mir eben nicht so über den Weg und so kam dann das tatsächlich irgendwie wie so ein Fingerzeig vom Himmel. Wir sind da, wir engagieren uns als Christen in der AfD und dann habe ich gedacht, ja, wir brauchen so etwas. Wir brauchen nicht nur Christen in der AfD, wir brauchen ein Christentum auch in unserer Gesellschaft, weil der Glaube, glaube ich, etwas ist, den man schlecht ersetzen kann. Vielleicht kommen wir darauf ja auch noch gleich zu sprechen, durch Ersatzreligionen oder anderes. Eine Gesellschaft, die darauf verzichtet, ein Zentrum zu haben, ein Feuer, um das man sich versammelt, das wärmt, ob das spirituell ist, ob das kulturell ist und so weiter. Diese Gesellschaft verliert ihre Mitte, sie zerfällt in viele Atome und möglicherweise wird dann die Mitte dieser Gesellschaft durch etwas anderes oder andere besetzt. Und ich glaube, in dieser Phase befinden wir uns gerade, wenn wir all das über Bord schmeißen, was uns ausmacht, woher wir kommen, was uns nicht nur uns persönlich geprägt hat, sondern auch unsere Gesellschaft geprägt hat. Das Christentum hat ja in Deutschland eine Geschichte, die sich weit zurückverfolgen lässt bis hin zu Karl dem Großen. Also sprechen wir von über tausend Jahren christlich geprägtes Europa. Und wenn man das alles aufgibt, dann geht, glaube ich, viel verloren und dann ist aus meiner Sicht irgendwie auch alles verloren. Deshalb engagiere ich mich sehr gerne, soweit die Zeit des Mandats das möglich lässt, in den Christen für die AfD. Wenn man jetzt nochmal eine Reise über Deutschland macht, wir haben jetzt zwei mutige Vertreter sitzen. Wie viele gab es in Deutschland, die sich angeschlossen haben? Haben Sie Rückenwind erfahren, Rückendeckung bekommen von Kollegen? Ja, durchaus. Es haben sich wenige so weit nach vorne gewagt. Wie Sie jetzt. Wie ich, ja. Und haben auf Demos gesprochen. Aber es gab viele, die so eher im Stillen und ruhig sich um Aufklärung bemüht haben. Und dazu gibt es auch diese Seite Christen stehen auf. Da sind ein paar zusammengekommen. Wir treffen uns regelmäßig und überlegen dann, was zu machen ist. Bezüglich Corona hat es dann eine ausführliche Aufklärung gegeben, die eben auch theologisch begründet worden ist. Da hat es schon einige gegeben. Aber es ist nicht die Mehrheit. Als ich damals als Vereinsvorsitzender vom Thüringer Ververein abgewählt worden bin, hat man tüchtig die Werbetrommel gerührt, damit das klappt mit dem Abwerben. Und da sind auch viermal so viele gekommen wie sonst. Also schon interessant. Aber es hat eben neben den knapp 100, die mich nicht mehr als Vorsitzende sehen wollten, auch knapp 40 gegeben, die noch da offen für mich gestimmt haben. Also es ist schon für damalige Verhältnisse relativ viel gewesen. Und das ist das eine, was mir den Rücken gestärkt hat. Und das andere, nachdem ich überall abgesägt worden bin und Gottesdienste verboten worden sind, haben mich ein paar Leute gefragt, ob wir nicht bei uns zu Hause Gottesdienste feiern würden. Und das haben wir dann ab Dezember 2021 getan und fast durchgehend durchgehalten. Und das ist natürlich der zweite Punkt, der sowohl denen hilft, die kommen, als auch mir, dass es welche gibt, die Gottes Wort noch in dieser Weise hören wollen. Und nicht übertünscht mit staatlichen Vorgaben. Ich hatte jetzt irgendwo gelesen, sogar im Ausland wurde über Ihren Fall berichtet. Ja, da bin ich selbst verblüfft gewesen. Also nicht nur durch alle deutschen Medien ist das gegangen, sondern von Italien bis Norwegen, Dänemark. Hat es ein großes Interesse gegeben, ja. Wie war es bei Ihnen so vom Verhältnis? Ich meine 100 zu 40, das ist ja schon mal eine Balance in Sicht. Das klingt in dem Fall gut. Ich habe da, würde ich doch sagen, ganz andere Erfahrungen gemacht. Also das Wort viele, wenn ich an Ostern 2020 denke, war das für mich ein absoluter Schock. In der Geschichte, 2000 Jahre Kirchengeschichte, nie da gewesen. Wir wollen feiern, das Fest der Auferstehung des Sieges von Jesus Christus über den Tod, die Macht des Todes und jeder Krankheit, dem Mann, der jeden Leprakranken berührt hat. Und wenn ich das Wort viele jetzt da mal zurechtrücken will, ich habe niemanden gehört. Ich habe zu Ostern 2020 niemanden gehört, der im Internet oder irgendwo öffentlich da laut war. Und es waren, also 2020 jetzt. 2020, Ostern 2020. Vier Jahre später hat sich das ein bisschen verändert? Erstaunlich wenig. Also bei mir selber gab es niemanden, der sich jetzt im Nachhinein irgendwie meinte, entschuldigen zu müssen oder sagen zu müssen, wir korrigieren das. Wir hatten vielleicht 10, 20 Leute, die sich unserem Netzwerk angeschlossen haben, Pfarrer, Pastoren, die Probleme gekriegt haben, so um die 20 vielleicht. Es gab über YouTube einige Leute, die dann sehr deutlich wurden, Pfarrer Nestvogel, Pfarrer Scharnke, dann noch, lass es zwei Hände voll gewesen sein, die sehr deutlich gesagt haben, das geht nicht. Und ich finde, die Kirche hätte genau das. In Zeiten der Not muss man beten, da muss man sich zum Gebet versammeln dürfen. Wenn eine Krise auf unser Land kommt, ich sage es auch für die Zukunft, sollte mal ein Virus so gefährlich, dass jeder Zweite stirbt, ja dann müssen wir doch beten in der Kirche, dann müssen wir doch die Sterbenden begleiten. Also das geht gar nicht. Für mich ist das, also auch gerade Sterbebegleitung, Krankenhäuser, Besuchsverbot, da waren für mich so viele No-Go's, dass ich sage, ja, ich habe Unterstützung von meiner Frau und einigen guten Freunden bekommen, aber von Kollegen ganz wenig, ganz, ganz wenig. Wie erklären Sie das, Herr Fröhring, dass da, warum macht die Kirche dieses Spiel? Ich meine, wir haben jetzt gerade auch diesen Fall mit der Diakonie, wo Menschen verfolgt werden sollen, die jetzt sich zur AfD bekennen, zu ihrer Partei, die sie hier im Bundestag vertreten. Ist das eine neue Stufe der Diffamierungsqualität oder wird eingeschüchtert? Ja, wir sind ja irgendwie so ein bisschen die Schwefel-Partei, wie das der Schriftsteller Michael Klonowski mal ausdrückte. Und Schwefel ist der Geruch des Teufels, den haben wir sozusagen im Schlepptau. Und so reagieren eben auch viele jetzt auch aus der Amtskirche vor allen Dingen auf uns, aber auch aus anderen Einrichtungen. Also ich erlebe das jetzt auch gerade in meinem Landratswahlkampf. Also wir haben entweder große Zustimmung oder massive Ablehnung von Leuten, die also den Flyer, den man ihnen freundlich überreichen will, sobald sie sehen, da steht AfD drauf, lassen sie den fallen, als wäre da irgendwie Pestbazillen dran. Und sie könnten sich irgendwie anstecken und auf keinen Fall gehen sie weg. Und ich glaube, dass diese Spaltung, dass es irgendwie kaum mehr einer bereit ist, für Zwischentöne oder auf mal den Andersdenkenden zuzugehen, ihm zuzuhören, das wäre also nach meinem Verständnis ja auch gerade für einen Kirchenmann oder eine Kirchenfrau existenziell. Das ist ja sozusagen auch ein Teil der Lehre, Sie haben es ja eben beschrieben, von Jesus gewesen, dass er eben nicht ausgegrenzt hat, sondern ganz bewusst diese Schranken überwunden hat und zu denen hingegangen, die ansonsten am Rand der Gesellschaft stehen. Und es scheint in der Kirche jetzt eben starke Tabus zu geben. Und wenn man die Hoffnung gehabt hätte, dass gerade in der Kirche nun Menschen wären, die gefestigter sind, die auch mal den Mut vielleicht haben, der Politik zu widersprechen. Und bitte stimmen, wir leben ja noch nicht in einer Diktatur wie in der DDR oder wie im Dritten Reich, wobei einige die schon sozusagen Parallelen sozusagen hier und da feststellen. So weit würde ich aber nicht gehen. Wir leben nicht in dieser Diktatur. Und obwohl wir noch nicht in dieser Diktatur leben, wirken trotzdem schon ähnliche Mechanismen, sodass die Angst, selber sozusagen ein Betroffener zu sein, selber ausgegrenzt zu werden, selber den Beruf zu verlieren, die ist ganz, ganz stark. Und diese Repressionsmechanismen, die wirken eben. Die wirken in der Amtskirche, die wirken in den Gewerkschaften, die wirken übrigens auch in den Schulen. Ich war viele Jahre auch Lehrer und was ich jetzt von jungen Kollegen höre, also wer noch nicht verbeamtet ist, der geht in Deckung und bekennt sich nicht zu seiner Mitgliedschaft in der AfD. Das Gleiche erleben wir bei Leuten, die im juristischen Staatsdienst vielleicht Karriere machen wollen. Die können sich auch nicht zu uns bekennen. Und man muss ja nur zwei und zwei zusammenzählen, um zu verstehen, warum das getan wird. Man will uns natürlich auch den Nachwuchs, den ja jede Partei braucht, abschneiden. Und diejenigen, die sich in der AfD engagieren, möglichst zu isolieren, auf die Mandatsträger, an die können sie noch nicht rangehen. Aber ansonsten sollen wir sozusagen ausgegrenzt werden und aus der eigentlichen Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und das ist natürlich für eine Partei, die ja in die Gesellschaft reingehen muss, um zu wirken. In alle Vereine, Verbände und so weiter, von der Feuerwehr eben bis zur Kirche, wollen wir ja überall dabei sein und im Gespräch sein und wollen als normale Gesprächspartner anerkannt werden, wie die anderen Parteien auch. Das heißt ja nicht, dass man uns unbedingt gleich wählen muss. Aber das Gespräch zu verweigern, gerade auch für kirchliche Würdenträger, Also das ist schon jetzt noch eine neue Eskalationsstufe, die ich mir auch so vor ein paar Jahren noch als Politiklehrer nicht hätte träumen lassen. Also gerade, ich habe jetzt heute noch mal gelesen, was Ihnen widerfahren ist, Herr Pfarrer Michaelis, also Hut ab vor Ihren Mut. Ich dachte, als ich zuerst davon hörte, Mensch, ob der jetzt hinschmeißt und nicht mehr kandidieren wird. Aber sie bleiben dabei, trotz massiver Repressalien, die sie jetzt erfahren, trotz des Entzugs, der Erlaubnis zu predigen und so weiter. Aber genau das ist ja offenbar hier angestrebt, nach dem alten chinesisch-maoistischen Spruch, bestrafe einen und erziehe 100 oder 1000. Das ist ja Sinn dieser Sache. Umso wichtiger ist es, dass es unter denjenigen, die bestraft und erzogen werden sollen, eben auch aufrechte, charakterfeste Menschen gibt, die sich trotzdem nicht einschüchtern lassen und ihrem eigenen Verstand folgen und ihrer eigenen Einschätzung folgen. Bitte. Ja, kann man vielleicht noch was dazu sagen? Also zu der Frage, warum die Kirchen das machen. Ich habe jetzt gefunden, dass Martin Luther, nachdem er die 95 Thesen geschrieben hat, eine ziemlich primitive Antwort von Johann Tetzel bekommen hat, der immer gesagt hat, zu jeder These, wenn Martin Luther das und das sagt oder schreibt, dann errt er. Fertig. Das fand ich ist ja fast zeitgemäß, dass man sich so einfach macht. Und er hat dann die 95 Thesen nochmal erläutert und hat zu einer der letzten geschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, welches war, die 89. oder sowas. Der Damm hat ein Loch gewonnen und es steht nicht in unserer Kraft, es zu stopfen. So hat er die damalige Situation beschrieben. Und ich habe den Eindruck, dass man in den Kirchenleitungen und auch in der Diakonie die Angst vor diesem Loch hat. Und deshalb dieser Übereifer, es unbedingt zu stopfen, da darf nichts passieren. Und so eine Person wie ich, die eben sowas gemacht hat, die ist dann eben das Loch. Und deshalb muss man da wirklich mit aller Gewalt reingehen, weil man Angst hat, dass sonst der gesamte Damm reißt und aufbricht. Also das wäre so eine Möglichkeit, das zu erklären. Ist das nicht was Positives eigentlich, dass die demaskieren sich ja selber? Ja, natürlich. Und das Zweite ist die Frage der Diskussionsfreudigkeit. Also früher war es ja nun das Aushängeschild der Lutherischen, dass sie die Diskussionen geführt haben. Also die 95 Thesen waren ja nichts anderes als eine Anregung zur Diskussion. Und er hat auch später noch solche Thesenpapiere rausgegeben. Ein, zwei Jahre später kann man nachlesen. Sehr interessant zur jeweiligen politischen Situation, auch nicht nur zur geistlichen. Und ich habe ein Buch gefunden von 1712 von Johann Georg Walsch, der hat damals als Theologieprofessor in Jena gelehrt. Und er hat eine Einleitung, eine Einführung zu den Religionsstreitigkeiten gegeben. Und da in der Einführung beschrieben, wie man sowas machen muss. Also wenn man mit einem Gegner ins Gespräch kommen will, in die Diskussion, ist der erste Schritt, dass man ihm zuhört. Der zweite ist, dass man begriffen haben muss, was er meint und was er will. Und erst dann darf man sich ans Werk machen und mit ihm überhaupt die Diskussion führen. Und ich würde jetzt sagen, also von dem Pfad haben sich die Kirchen entweder verabschiedet und wollen die Diskussion nicht. Oder, weil sie nicht zuhören können, haben sie es nicht begriffen und können deshalb auch die Diskussion nicht führen. So und was mich betrifft, das Standhalten, das hängt damit zusammen, dass ich der Auffassung bin, dass man auf einer Liste der AfD als parteiloser kandidieren darf. Das gibt das Fahrdienstgesetz her und die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt. Und wenn mir jemand was anderes vorschreiben will, ist das Unrecht. Und ich darf mich an dem Unrecht aus Loyalitätsgründen gegenüber unserer Landeskirche nicht beteiligen, auch nicht durch Gehorsam. Und deshalb haben sie mich geradezu genötigt, an dieser Kandidatur festzuhalten. Es geht gar nicht anders. Herr Dr. Rothfuss, wir haben es gerade vom Herrn Frömming gehört, wie die Verhärtung vorangeht. Ich möchte mal zurückblicken. Die Alternative für Deutschland gibt es jetzt gut elf Jahre. Sie ist gestartet mit der Euro-Problematik. Wir haben heute eine sehr große Inflation. Die Partei hat Recht behalten. Wir haben die Flüchtlingsproblematik 2015 gehabt. Wir haben heute explodierende Sozialkosten, Gewalt auf den Straßen. Die Partei hat Recht behalten. Wir können das mit dem Thema Energie fortsetzen oder auch mit Corona. Die RKI-Falls sind jetzt ans Licht gekommen. Die Partei hat Recht behalten. Wohin driftet eine Gesellschaft, wenn das passiert, was Herr Frömming gesagt hat, dass nämlich die, die die Realität beschreiben, verteufelt werden und nicht mehr in eine Gesellschaft integriert werden. Was passiert da? Können Sie da mal so ein Szenario beschreiben? Ja, es bauen sich natürlich immer mehr Spannungen auf innerhalb dieser Gesellschaft. Und das ist aber scheinbar die einzige Möglichkeit, die eben die Architekten oder Statiker der Macht, so nenne ich sie immer, im Hintergrund noch sehen, um die herrschenden Verhältnisse, das herrschende System aufrechtzuerhalten. Mit System meine ich jetzt nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern die, die meinen, die Demokraten zu sein, sich da draufsetzen und jegliche Konkurrenzversuchen außen vor zu halten. Und die Alternative für Deutschland ist so überzeugend in jedem direkten Gespräch, wo sie auf ihre Kritiker und Herausforderer trifft, dass man wirklich dazu übergegangen ist, uns einfach nur mit dem Schwefel einzuschmieren in der Wahrnehmung der Menschen. Wir selbst haben keinen Schwefelgeruch, sondern wir werden eingeschmiert mit diesem Schwefelgeruch, damit sich die Leute ja vor uns ekeln, mit uns gar nicht ins Gespräch kommen und sich mit unseren Argumenten nicht auseinandersetzen. Das ist die einzige verbliebene Verteidigungslinie. Das ist eigentlich ein schmutziger Krieg. Und bei diesem herrschenden System, was natürlich nicht aus sich heraus besteht, sondern viele Nutznießer im Hintergrund hat, die sich diese Vertreter in die Politik geholt haben, sie da hochgehätschelt und durch die Medien hochgeschrieben haben, die haben ja auch sehr viel zu verlieren. Wenn jetzt auf einmal Kräfte tatsächlich an die Hebel der Macht kämen, die sagen, für uns ist als Maßstab für eine gute oder schlechte Entscheidung einfach allein, dient sie dem eigenen Volk, der eigenen einheimischen Industrie, den kleineren Betrieben, auch nicht nur dem transnationalen Kapital, was jederzeit sagen kann, ach, Standortbedingungen in Deutschland verschlechtern sich, weil es kein Erdgas mehr gibt, naja, dann geht halt die Ammoniakproduktion nach China oder nach USA oder sonst wohin, sondern wirklich das eigene Volk, die eigene Wirtschaft im Mittelpunkt des Interesses und der Entscheidung entsteht, ja, dann verlieren natürlich andere, die bisher das System sehr gut für sich und ihre Zwecke und Ziele nutzen konnten und das soll verhindert werden. Und so sehe ich auch jetzt die Problematik der Kirchen gelagert. Die Kirchen wurden einfach sehr eng verschränkt mit diesem System der Macht, haben ihre Vorteile daraus gezogen aus dieser Allianz wechselseitig, sowohl die Kirchen als auch der Staat, weil ja die Kirchen immer wieder dann auch staatliche beziehungsweise Regierungsvorgaben, politische Leitlinien sekundieren und sagen, ja, das ist in Übereinstimmung mit dem Evangelium, wir müssen die Schöpfung bewahren, ist gleich, Klimaschutz ist gleich, CO2-Zertifikate und die Landschaft mit Solaranlagen und mit Windkrafttürmen zustellen, das wird ja dann alles gar nicht mehr hinterfragt. Und da sehe ich eben das Grundproblem, es geht im Grunde genommen nur um die Frage des Machterhalts eines korrumpierten Systems, was nicht mehr dem einfachen Bürger dient und den einfachen Unternehmen dient. Und alle Institutionen werden da eingespannt und kirchliche Institutionen, zumindest die großen, die eine große Staatsnähe haben, einsammelt von Kirchensteuern zum Beispiel oder auch staatliche Finanzierung von Bischofsstellen etc., die haben natürlich am meisten auch selbst zu verlieren, wenn das System wirklich mal ein bisschen aufgefrischt wird, die Schlacke abgeklopft wird und die Politik sich mal wieder an den Bedürfnissen des Bürgers orientiert. Und da haben wir ja auch als Kritiker der herrschenden Verhältnisse deutlich gemacht, dass wir zum Beispiel Medien wollen, die eben nicht mehr nur als Instrument der Mächtigen versuchen, das Denken der Bürger in die Bahnen zu lenken, wo am Ende dann die Stimme auf dem Stimmzettel bleiben soll. Wir haben auch zum Beispiel in der Bayernwahl jetzt, Landtagswahl, letztes Jahr klargemacht, wir sind eigentlich für eine Abschaffung der Kirchensteuer dieses Systems. Es benachteiligt zum Beispiel die Freikirchen, mal nur so dargelegt und man könnte irgendwann dann auch schlussfolgern, naja, wenn einzelne Kirchen Recht auf Kirchensteuereinzug haben, dann kommen irgendwann muslimische Glaubensgemeinschaften und sagen, Moment, wir haben genauso viele Gläubige, wir haben jetzt auch hier das Recht auf staatlichen Einzug von irgendwelchen Steuern und Bezahlung von irgendwelchen Muftis oder sonst was. Genau, und da haben wir halt einfach klargemacht, wir wollen eine Distanz zwischen Regierung und Kirchen, zwischen staatlichen Institutionen und Kirchen und dann sind wir natürlich auf der Abschussliste dieser Kirchen. Das gleiche bei den Medien, wo wir gesagt haben, GEZ-Gebühren, die eigentlich dazu dienen sollten, dass die Medien wirklich neutral berichten, aber genau das Gegenteil tun und die Menschen manipulieren und eine im Bundestag vertretene Oppositionspartei nur schlecht machen oder ausladen oder nur in einer totalen Minderheitenposition in Talkshows reinbringen, die kann man abschaffen. Da kann man es dem freien Markt überlassen bzw. ein schlankes, besseres System schaffen. Und dadurch werden wir natürlich, machen wir uns selbst, man könnte sagen, das ist politisch unklug, Politik ist ja nur die Kunst des Machbaren und was wir wollen, ist nicht politisch machbar. Also seid ihr Träumer, Anfänger oder was weiß ich, Hasardeure, also lasst doch bitte bleiben. Nein, aber wir haben halt einfach wirklich eine Gesamtanalyse gemacht, was alles nicht stimmt und das gehen wir alles an und das kämpfen wir auch alles durch. Also wir haben wenig Positionen gehabt, wo wir bislang zurückrudern mussten. Wir haben da Beharrlichkeit in den Tag gelegt und warten einfach ab, bis die Aufklärung uns dann langsam den Zuspruch einbringt. Wenn ich da kurz noch ergänzen darf, es ist ja immer häufig gesagt worden, die AfD sei eine populistische Partei. Genau das Gegenteil. Ich habe das schon früh hinterfragt, weil Populist zu sein heißt eigentlich dem Volk nach dem Maul zu reden, unabhängig davon, was ich selber denke. Also ich sage nur das, was die hören wollen und heute wollen sie was anderes hören wie die Bild-Zeitung. Mal so, mal so. Das haben wir eigentlich nie getan, sondern wir haben auch an unpopulären Überzeugungen festgehalten. Beispielsweise beim Thema Kernenergie. Das hatten wir schon bei uns im Programm drin stehen. Da hätte uns jeder professionelle Wahlkampfberater gesagt, seid ihr bekloppt? Das hat überhaupt keine Chance auf Zustimmung. Inzwischen haben wir eine Mehrheit in der Gesamtbevölkerung sogar, die jetzt erkannt hat, dass das ein Fehler war, hier gleichzeitig aus der Kernenergie und allen fossilen Energieträdern auszusteigen. Und so ist das bei anderen Themen auch. Wir versuchen das als richtig, für uns richtig Erkannte durchzusetzen, auch gegen Widerstände, argumentative Widerstände. Und dadurch ecken wir halt häufig mit dem System an, nicht nur mit dem System Kirchensteuer. Du hast es gesagt, auch mit dem System natürlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und wir legen natürlich den Finger in die Wunde, weil das, was wir da erleben, ist ja eigentlich ein Riesenparadox. Also diejenigen, die im Grunde neutral sein müssten, häufig führen sie das ja auch im Titel, unabhängige öffentlich-rechtliche Medien und so weiter, die ja von allen bezahlt werden, also auch von unseren Wählern. Die müssten umso neutraler sein. Und genau das sind sie nicht. Wir haben vor einiger Zeit mal, es gibt ja manchmal so, kursieren ja irgendwelche Dokumente im Internet, wo man im ersten Moment denkt, vielleicht stimmt das gar nicht, das ist Verschwörungstheorie. Und da gab es mal so ein Leak, da war aufgelistet, mit welchen Medien verschiedene Ministerien Treffen hatten. So mehr oder weniger geheime Treffen. Da waren der Stern dabei, der Tagesspiegel dabei, öffentlich-rechtlicher Rundfunk rauf und runter, creme de la creme. Thema war Delegitimierung des Staates in den entscheidenden, wichtigen Themen. Da ging es natürlich um Corona, es ging aber auch um den Krieg in der Ukraine, wie man also Desinformation bekämpfen soll. Und ich dachte, das kann gar nicht stimmen. Also die müssen doch unabhängig, die können sich doch nicht heimlich irgendwo in irgendeinem Hinterzimmer treffen mit den Regierungsvertretern und sich dann noch sagen lassen, wie man zu berichten hat über diese Themen. Hätte mich erschüttert, in meinem Verständnis von Demokratie. Und wir haben dann, ich habe gesagt, wir stellen mal ganz naiv eine Anfrage an die Bundesregierung. Ob dieses Papier echt ist? Mal sehen, wie die antworten. Und sie haben geantwortet und haben bestätigt, das ist echt. Wir haben dann nochmal nachgefragt, dann haben sie noch weiter aufgelistet, wann und wo sie sich getroffen haben, haben sie gemacht. Immerhin. Und da war übrigens auch ein Journalistenverband dabei, der damals noch gar nicht so berühmt war. Und der heißt Korrektiv. Mit dem hatte man sich auch schon mehrfach getroffen und ausgetauscht, wie man eben die öffentliche Meinung, man meint es natürlich nur gut. Also ich unterstelle diesen Leuten auch, die glauben nicht, dass sie irgendwie sozusagen schon quasi diktatorische Methoden anwenden, sondern sie wollen nur das Beste für uns. Sie wollen den Bürger, der sozusagen auf dem falschen Weg ist, mit einem englischen Wort nennt man das dann Nudging, also ihn anstupsen, dass er wieder auf die richtige Spur kommt und das für ihn als richtig Erkannte tut, zum Beispiel kein Fleisch mehr isst, weniger Auto fährt und möglichst nicht die AfD wählt. Ich bin gerührt. Was mich ein bisschen irritiert ist, Ihre Kirche, die Evangelische, lebt ja von den Gebühren. Kirchensteuer. Durch die Kirchensteuer. Sie sind, soweit ich das verstanden habe, freifinanziert. Durch Spenden, ja. Durch Spenden. Freiwillige Spenden. Freiwillige Spenden. Aber beide, Sie bekommen ja genauso Repressalien wie der Kollege, der in dem staatlichen System, sagen wir mal, ist, wie erklären Sie sich das? Da kann ja alleine die unabhängige Finanzierung nicht die Ursache sein, oder? Also für mich war das jetzt nicht so dramatisch, weil wir tatsächlich als gemeinnütziger Verein selber organisiert waren. Das heißt, ich bin ja freiwillig aus dem Bund rausgegangen, aber der Verein zahlte mein Gehalt weiter, ja. Also das hat eher was mit den Mitgliedern und den freiwilligen Unterstützern zu tun. Da ist der Verlust der Gemeinnützigkeit das härtere Mittel, weil da Leute sagen, eigentlich habe ich dir immer gerne gespendet, aber jetzt kriege ich leider keine Steuern mehr wieder. Das ist in unserem Fall der Mittel. Aber, ich sage mal, dieser Staatsapparat versucht im Moment, ja jeden einzuschüchtern auf der Ebene, wo es funktioniert. Also es ist ja der Staat, der Sie auch attackiert über die Gemeinnützigkeit. Ja, das war das ganz Konkret, das Berliner Innenministerium. Der Senat des Inneren hat eine Weisung ans Finanzamt von Berlin rausgegeben, vom Finanzamt für Körperschaften, bitte alle Körperschaften, die Corona-leugnend unterwegs sind. Was ich nie geleugnet habe, wir haben ja die Impfroschüre rausgegeben und wir haben nie Corona geleugnet, wir haben auch nicht irgendwelche medizinischen Tatsachen geleugnet, sondern ich habe den Fehler gemacht, ich habe von Anfang an die RKI-Daten selber angeschaut. Das würde ich auch gerne jedem Zuschauer, jedem empfehlen. Ein ganz wichtiger Schlüssel ist, selber nachschauen, einfach selber gucken. Ich habe im Jahr 2017, im Sommer 2017, habe ich gemerkt, in diesem Land läuft irgendwas schief, weil da war damals Bundestagswahl und ich merkte, jetzt wird eine Stimmung gegen die AfD gemacht und ich kannte die AfD gar nicht. Und ich sagte, das ist so massiv, das ist so offensichtlich. Und dann habe ich gesagt, da muss ich mir doch mal das Wahlprogramm durchlesen. Und ich muss sagen, damals 2017 habe ich das als Christ, als gläubiger Christ durchgelesen und dann festgestellt, kann ich ja eigentlich mit allem übereinstimmen. Und dann habe ich auf meinem Facebook-Account damals gepostet, das war ein schwerer Fehler, ich wähle am Sonntag die AfD, denn ich bin gegen Antisemitismus in Deutschland. Ich will Antisemitismus verhindern. Das habe ich geschrieben, 2017. Und damals merkte man schon, der große Aufschrei unter den Kollegen, wie kannst du, woher kommt das? Egal ob Corona, egal ob Klima, egal ob AfD, das Hauptproblem ist Mediengläubigkeit. Jemand erzählt mir das, und das sage ich nur zum Schwefelgeruch, ich habe nur, ich muss einfach mal eine Lanze brechen, ich bin bisher nicht Mitglied in der AfD, aber jeden AfD-Politiker, den ich bisher persönlich so getroffen habe, so wie Sie hier heute, habe ich immer als sehr menschenfreundlich und offen, positiv, ja, einfach normale Menschen noch, normale Menschen, die noch normal denken können, die deutsche Sätze sprechen können und irgendwie intelligent. Ja, ich sage, das ist Wahnsinn. Ja, das ist mittlerweile eine Seltenheit, dass Politiker noch Deutsch sprechen können und sich normal verständigen und freundlich sein können. Vielleicht da auch mal ganz kurz, wie war es bei Ihnen? War die AfD vor ihrer 2020 gehaltenen Rede für Sie ein rotes Tuch? Können Sie das mal beschreiben? Nee, eher ein unbeschriebenes Blatt als ein rotes Tuch. Also ich habe mich darum relativ wenig gekümmert und wir haben das zur Kenntnis genommen und keinen großen Anlass gesehen. und hatten allerdings schon das eine oder andere Interessante an kritischen Stellungnahmen dann zur Kenntnis genommen und gedacht, warum kommt das bei den anderen nicht? Warum überlassen die diese wichtigen gesellschaftlichen Themen dieser einen Partei? Das fanden wir nicht sehr geschickt. Und mit dieser Corona-Geschichte, da sind wir dann aufmerksam geworden und haben festgestellt, dass wohl in dieser Gesellschaft noch mehr gelogen wird. Und ich habe mit meinem Sohn zusammen nicht nur die RKI, dieses Dashboard angesehen, sondern auch das von der Johns Hopkins Universität und habe festgestellt, dass in Amerika die von mehr Toten in Deutschland wussten als das RKI. Und da bin ich stützig geworden. Woher wissen die das? Und dann habe ich herausgefunden, dass die sich darauf berufen, dass sie die Zahlen in den USA durch Internetrecherche ermitteln. Und in dem Moment wusste ich, dass es alles gelogen ist. Denn Internetrecherchen über die Toten in Deutschland, die gibt es, also das muss ergebnislos verlaufen. Da kann man nicht rauskriegen, wer wann wo gestorben ist, auf die Person genau und den Tag. Und da sind wir dann stützig geworden und haben uns informiert. Aber den eigentlichen Ausschlag hat die Einladung eines Landtagsabgeordneten aus Halberstadt gegeben, der gerne wollte, dass ich als Einziger auf einer Demonstration spreche, damit das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Und hat die ordentlich angemeldet. Und dann kam eben die Frage einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und einen Tag, bevor er mich angerufen hat, der Zufall wollte das so, habe ich den Obduktionsbericht von einem an der Impfung Verstorbenen bekommen, der in Dresden erarbeitet worden ist. Und bei dem ist mir beim Lesen schlecht geworden. Dann habe ich gesehen, als ein entscheidendes Kriterium, das festgestellt worden ist, dass dieser Mann niemals Corona hatte. Also zweifelsfrei an der Impfung gestorben ist. Und diese Proteine sich in allen Organen befanden. Und wenn man das gelesen hat, dann weiß man, dass wir von der Politik komplett belogen worden sind, was diese Impfung betrifft. Sowohl was die Wirksamkeit betrifft, als auch was die Nebenwirkungen betrifft. Und das war für mich der entscheidende Punkt. Also als ich das gelesen habe, habe ich gewusst, wenn man das weiß und schweigt, dann macht man sich schuldig. Und dann war es einfach so, dass ich dann festgestellt habe, dass mittlerweile die AfD die Partei ist, die sich der Aufarbeitung widmen will, während die anderen das alle abgelehnt haben. Und das ist für mich ein Punkt gewesen, den man zu unterstützen hat. Ich würde sagen, in dieser Hinsicht nimmt die AfD eigentlich auch eine Rolle wahr, die laut Glaubenslehre eigentlich den Kirchen zugeschrieben wäre. Denn die AfD hat eigentlich die Funktion des Propheten, der die Herrschenden kritisiert, warnt, dass sie auf Abwägen sind, das auch laut und deutlich ausspricht, sich dafür auch Teeren, Federn, Stolpen steinigen lässt. Und nicht innehält. Und ich glaube, diese Funktion sollten eigentlich die Kirchen haben, haben leider nur noch einzelne mutige Pfarrer hier in diesem Land. Aber das ist ja das, für was der Glaube eigentlich da sein sollte. Weil es wird immer in jeder Gesellschaft diesen Widerstreit geben zwischen Kräften, die sich eher an göttlicher Lehre, an Heeren, Werten, Zielen, an himmlischem orientiert und eben die weltliche Gegenkraft, die immer nach dem Materiellen strebt, nach dem Egoistischen, nach Machtkonzentration etc. Aber wenn die Kirchen eben nicht mehr bereit sind, diesen geistlichen und herausfordernden Widerpaar zu übernehmen, wer macht es dann? Wir haben uns das angezogen und wir würden es begrüßen, wenn auch mehr Menschen, Gruppierungen, Gemeinden, vielleicht irgendwann auch ganze Kirchen, auch diese Funktion übernehmen würden und erkennen würden, dass sie in dieser politischen Hetzjagd gegen eine Oppositionspartei, die es wirklich ernst meint und ehrlich meint und macht, dass sie sie eigentlich unterstützen sollten. Nicht um die Partei zu unterstützen, sondern um diese Sache zu unterstützen. Denn es ist tatsächlich so viel Leid geschehen und über die Welt gebracht worden, nicht nur in dieser Corona-Zeit. Es geht ja weiter im Ukraine-Krieg und in vielen anderen Situationen, wo einfach gar nicht mehr hinterfragt wird, was vom Zentrum der Macht über die medialen Kanäle, verstärkt auch noch Leid über die Kirchen, so hinausgetragen wird. Und da brauchen wir einfach mehr, müssen wir mehr revolutionären Hinterfragen, Geist einsammeln, sammeln, vernetzen, um eben tatsächlich auch zu einer Umkehr führen zu können in unserem Land. Und das braucht es dringend, wenn wir schauen, in welchen Bereichen auch immer, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Migrationspolitik, Friedenspolitik, Gesundheitspolitik, wo wir auch immer hinschauen, wir sind wirklich auf einem ganz, ganz, ganz abschüssigen Pfad unterwegs. Und unsere demokratischen Errungenschaften, unsere Errungenschaft auch des Wohlstands, den wir Bürger natürlich unglaublich genießen, aber leider als selbstverständlich hinnehmen. Das ist alles in Gefahr. Sie haben es eben so schön beschrieben, die Spaltung der Gesellschaft durch Corona. Die Eliten haben ja gezeigt, zu was sie in der Lage sind, weltweite Lockdowns, Regeln, die wir uns nie hätten erträumen lassen. Ist die Kirche, soll die zum Opfer werden, auch diese Eliten, wie würden Sie das sagen, ist das auch ein Angriff auf die Kirche, dass sie sich selber abschafft? Ja, ich bin ja nicht mehr in der evangelischen Kirche. Ich bin schon auch lange ausgetreten, aber habe dennoch evangelische Theologie studiert an der Humboldt-Universität und habe mit vielen Professoren auch dort Zeit verbracht, natürlich auch selber Andachten dort im Berliner Dom gemacht, einmal die Woche als Student. Ich habe also einen gewissen Bezug. Ich glaube, die Kirche hat aus meiner Sicht schon lange an Relevanz verloren. Also die Staatskirchen, wenn sie sich, sage ich mal, feige Anbietern und Politik überhaupt betreiben und sich nicht mehr zum Wort Gottes halten. Das ist meine Sicht, dass die moralische Verlässlichkeit, also eine Gesellschaft, die auf die zehn Gebote eigentlich und das Gebot der Nächstenliebe aufgebaut ist. Unser Erbe, in dem Moment, wo dieses Erbe fahren gelassen wird, das finde ich dramatisch. Und das, ja, so nehme ich unsere Gesellschaft wahr. Die, weiß ich nicht jetzt wie viel, 19 Millionen oder 18 Millionen, die noch in der evangelischen Kirche sind, aber wo ist die Kirche noch relevant? Also wer, wer einmal im Jahr noch zu, braucht man, Kirche braucht man zum Heiraten und zum Sterben und noch für die Konfirmation vielleicht. Also es ist, es war ja schon zu meiner Zeit so, dass, also ich bin aufgewachsen im normalen Berliner akademischen Elternhaus, ein normales akademisches, humanistisches Gymnasium. Das war normal. Einmal im Jahresmaximum zur Kirche. Also evangelisch hier. Das ist sicherlich der Katholizismus in Bayern noch was anderes, ein bisschen. Aber, ja, schon dramatisch. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Kirche schafft sich selber ab. Da braucht sie nicht das World Economic Forum dazu. Also sage ich mal so, so wie sie sich benimmt, da brauchen sie keine Hilfe von außen. Ja, also ich tue mir auch schwer damit, jetzt zu sagen, die Kirche ist Opfer von irgendwelchen fremden Mächten, weil so wie ich sehe, wie begeistert auf den Kirchentagen die Regenbogenfahne geschwenkt wird, also das ist schon quasi, mehr als vorauseilender Gehorsam. Also die meinen das wirklich, sie glauben das, denke ich auch. Und wenn ich dann ab und zu doch noch mal in der Hoffnung, eine andere Predigt zu erleben, in die Kirche gehe, ja, da denkt man ja inzwischen, man ist irgendwie so auf dem Parteitag der grünen oder linken Jugend oder so, wenn ich mir da die Predigt dann anhöre. Also da wird alles Mögliche verkündet, nur nicht mehr das Wort Gottes. Und ich muss sagen, so jetzt, wenn ich zurückdenke, mein schönster Gottesdienstbesuch in den letzten Jahren war mal einer in einer Kirche in Italien, Südtirol. Wir waren eigentlich zum Skifahren, aber ich bin da, war Weihnachtszeit, bin da mal in diese Kirche gegangen und das war, glaube ich, ein katholischer Gottesdienst. Die Predigt war auf Latein und in irgendeiner Volkssprache, die man da noch spricht, auf den Namen ich jetzt nicht komme. Also ich habe kein Wort verstanden, aber es war herrlich. Das war richtig schön. So, also der Pfarrer hat auch, wie das bei den Katholiken ist, der Gemeinde den Rücken zugedreht, im Mittelpunkt stand das Wort Gottes und ich habe das genossen, nicht so belehrt zu werden. Also diese Politisierung der Kirche ist weit vorangeschritten und das erleben wir natürlich in anderen Institutionen auch. Also auch die Universitäten, die ja auch eigentlich einem gewissen Ethos verpflichtet sind, der da heißt Freiheit von Forschung und Lehre. Ja, auch die haben sich ja jetzt Dogmen unterworfen. Das ist jetzt nicht mehr wie noch im alten Mittelalter. Jetzt sind das nicht mehr die Dogmen der Kirche, die sozusagen die Wissenschaft verhindern, sondern es sind andere Dogmen, wenn beispielsweise an der Humboldt-Uni eine junge Biologin keinen Vortrag mehr über die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen halten darf. Also weil allein diese biologische Tatsache, dass es Männer und Frauen gibt und dass das nicht nur bei den Menschen, sondern auch in der Tierwelt ganz überwiegend so die normale Art, sich vorzupflanzen ist. Ja, da gibt es schon jetzt Demonstrationen dagegen und die Frau kann nicht mehr sprechen. Und übrigens, weil wir das Stichwort Antisemitismus hatten, auch wenn eine Richterin aus Israel kommt und an der Humboldt-Uni, freie Rede eigentlich und so weiter, die kann dort auch nicht mehr sprechen, weil andere Dogmen dort sich ausgebreitet haben und die heißen dann zum Beispiel Post-Colonial Studies, wo natürlich Israel dann jetzt ein Nachfahre von irgendwelchen Kolonialstaaten ist, die man natürlich bekämpfen muss. Und da entstehen jetzt neue, sag ich mal, Bündnisse, die plötzlich auch die etablierte Politik aufgeschreckt haben, als nach dem 7. Oktober, dem Massaker in Israel, ja, hätte man doch gedacht, dass es hier die ein oder andere Pro-Israel-Demo geben würde. Das waren kleine Häuflein, die wir hier gesehen haben, aber es gab Massenkundgebung in Berlin, in London, überall von Linken, Linken, Linken und Muslimen gemeinsam, die mit der Palästina-Flagge sozusagen aufgerufen haben zur Vernichtung Israels. Und das sind neue, ganz wirkmächtige Gruppierungen, die sich überall in unserer Gesellschaft ausbreiten. Und auch die Kirche schaut da mehr oder weniger nur zu. Ich habe da auch nicht die große Solidarität, habe ich auch nicht erlebt. Also vielmehr erinnern wir uns noch dran, wie mutig da die beiden Bischöfe waren, Herr Marx und der andere, wie hieß er, Bedford-Strom, als sie auf den Tempelberg gingen. Ja, und dann plötzlich, ja, hier gibt es aber verschiedene andere Gruppierungen. Legt mal besser euer Kreuz ab, damit das hier nicht Anstoß erregt. Also da hat die Kirche, also die Amtskirche versagt eigentlich, wohin man nur blickt. Und es scheint sich in diesen Tagen das zu bestätigen, was auch ein Blick in die Geschichte zeigt. Wenn, sage ich mal, der gesellschaftliche Wind schärfer bläst, dann waren leider die beiden Amtskirchen nicht, zumindest in der großen Mehrheit, nicht im Widerstand. Das waren sie in der DDR nicht. Und das waren sie leider auch im Dritten Reich nicht. Natürlich, es gibt Ausnahmen. Und am Ende haben sie die Tore geöffnet. Aber, sage ich mal, in ihrer großen Bewegung haben wir doch immer mehr gehabt, die sozusagen diese Diktaturen auch gestützt haben. Und diejenigen, die im Widerstand waren, waren zu dieser Zeit bekennende Kirche, Bonhoeffer und so weiter. Das war einfach die Minderheit. Und die Mehrheit hat sich den deutschen Christen oder sonst wem angeschlossen und hat nach außen hin den Frieden gesucht mit diesem Regime. Mit kleinen Unterschieden noch. Man muss sagen, die Katholiken hatten ja noch, sage ich mal, eine Referenz über die Alpen hinweg, an der sie sich orientieren konnten. Aber die evangelische Kirche war leider nie, sage ich mal, hat leider in diesen Situationen, bis auf rühmliche Ausnahmen, hat sie es nicht geschafft, hier an der Seite der Bedrängten und Bedrohten zu stehen. Also würde ich für DDR-Verhältnisse aus meiner Erfahrung so nicht bestätigen. Ich finde, man muss sowieso immer unterscheiden zwischen Kirche und Kirchenleitung. Also in der Zeit, in der ich groß geworden bin, war es regelmäßig so, dass es in den kirchlichen Gemeinden Gruppen gegeben hat, die durchaus da widerständig waren. Und in der Zeit, in der ich Theologie studiert habe und Pfarrer geworden bin, durchaus auch die Kirchenleitung. Also ich könnte über Landesbischof Leich nichts anderes sagen. Sicherlich haben die auch die Kontakte mit dem Staat pflegen müssen. Das ist keine Frage. Aber sie haben sie auch dazu genutzt, um Menschen, die in Not geraten sind, dann zu unterstützen. Also das würde ich schon so sagen. Wichtig wäre mir die Frage, wie weit die Kirche jetzt relevant sein könnte. Und ich denke, wir müssten uns auf die Erkenntnisse der Reformation besinnen. Wir wissen von dem Reichstag in Worms immer, dass Luther sich dahingestellt hat und hat gesagt, er kann seine Schriften nicht widerrufen. Gott helfe mir, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Aber der hat dann natürlich noch andere Sachen gesagt. Das erzähle ich immer gerne. Er hat dem Kaiser auf Deutsch ins Gesicht gesagt, wenn er hier wieder rufen würde, dann würde er der Tyrannei Tür und Tor öffnen. Das hat der Kaiser nicht verstanden, weil er kein Deutsch konnte. Und daraufhin ist er aufgefordert worden, das Ganze nochmal auf Lateinisch zu sagen. Das hat dann jemand verhindern wollen, um Luther zu retten. Und Luther hat sich hingestellt und hat es auf Latein gesagt, was dazu geführt hat, dass der Kaiser am Abend noch beschlossen hat, mit ein paar anderen Leuten zusammen, den Mann umzulegen. Da gab es dann ein bisschen Widerstand und ein paar Plakate am Rathaus in Worms, weshalb sie es gelassen haben. Aber danach ist was Entscheidendes passiert, nämlich im Hinterzimmer hat es noch einmal Verhandlungen gegeben. Und dort ist Martin Luther angeboten worden, alles Mögliche. Und der entscheidende Satz, den er auf diese Angebote gesagt hat, ist für mich, jeder Christ muss selbst prüfen und entscheiden. Und das, finde ich, wäre das Anliegen, die Botschaft der Kirchen in diesen Tagen. Sie müssten also den Menschen vom Glauben her das Rüstzeug geben, damit sie selbst prüfen und entscheiden können. Und was wir im Moment erleben, auch gerade was Diakonie und Wahlverhalten betrifft, möchte die Kirchenleitung prüfen und entscheiden, was die Leute zu tun haben. Das ist also genau das Gegenteil von dem, was Martin Luther damals in Worms gewollt hat. Und uns darauf zu besinnen, das wäre doch für diese Gesellschaft tatsächlich hilfreich, dass wir uns unserer eigenen Kräfte, unserer eigenen Freiheit wieder bewusst werden. Und dann kann man die einzelnen Lehrinhalte der Lutherischen Reformation mal durchbuchstabieren, was zum Beispiel die Rechtfertigungslehre betrifft, dass wir uns für unser Dasein nicht durch eine Impfung rechtfertigen müssen, nicht durch irgendwelches Wohlverhalten, Masken tragen oder Windkraftanlagen unterstützen, sondern wir sind alleine durch den Opfertod Jesu vor Gott durch dessen Liebe gerechtfertigt und haben deshalb eine riesengroße Freiheit, jetzt in den Sachfragen zu entscheiden. Und da müsste man die Rolle der Kirchen und der Politik noch mal genau betrachten. Und das wäre das, was die Kirchen jetzt beitragen müssten und sich genau darüber mit der AfD zum Beispiel an den Tisch setzen und sagen, was ist jetzt unsere Aufgabe, was ist eure Aufgabe? Unsere Aufgabe wäre als Kirche, das Rüstzeug zu liefern für Entscheidungen und die Politik muss dann die Entscheidungen treffen nach ethischen Gesichtspunkten, wo wir nicht mehr reinreden dürfen. Und da finde ich, da würde es sich lohnen, sich mal an die Erkenntnisse von vor 500 Jahren zu erinnern. Das wäre wirklich ein sinnvolles Gespräch. Vielleicht wäre ein Kirchensymposium mal eine Idee. Aber meine Frage noch mal, gibt es denn Verquickungen zwischen der Kirche und diesen Eliten im Weltwirtschaftsforum? Gibt es da, ist Ihnen da irgendwas bekannt? Ja, die eine oder andere gibt es ganz bestimmt. Also von der katholischen Kirche wissen wir, dass sie Leute dorthin entsendet hat. Wie das in der evangelischen Kirche ist, kann ich nicht sagen. Für mich gab es einen Punkt, wo ich stutzig geworden bin. Nämlich als 2020 die Gottesdienste verboten wurden. Dann gab es eine große Klage, dass jetzt Kollekten ausfallen. Und sie wüssten nicht, wie diese Finanzlücken geschlossen werden können. Das ist ja eine berechtigte Sache. Also wenn ganze Organisationen, hängen ja Arbeitsplätze dran, wenn da plötzlich Geld fehlt, dann müsste man die Leute entlassen. Also ich würde das nicht nur negativ finden. Was mich viel mehr gewundert hat, ist, dass nach ein paar Monaten diese Klage völlig verstummt ist und keine Rolle mehr spielt. Und das macht mich stutzig. Also ich würde schon gerne mal wissen, in welche Mittel vom Staat in den letzten paar Jahren zusätzlich an die Kirche geflossen sind, über die verpflichtenden Staatsleistungen hinaus. Das wäre interessant. Das wäre interessant. Bei den Zeitungen wurde es ja so gelöst, dass dann einfach Doppelseiten mit Impfwerbung und Lübengeschichten, was die Impfung alles leisten könne, geschaltet wurden. Das sind in einem Jahr, ich glaube 2021 allein, 270 Millionen Euro geflossen. Und so hat man sich dann natürlich die Medien eingekauft und auch kritische Artikel rausgehalten. Aber was ich noch kurz sagen wollte, ich glaube, wir dürfen jetzt auch nicht völlig unrealistische, übersteigerte Erwartungen an die Kirchen, an die Kirchenleitung formulieren. Weil es gab letztendlich in letzter Zeit nur Negativentwicklungen in dieser Hinsicht. Also Bischof Bertram Mayer zum Beispiel aus der Diözese Augsburg, der hatte sich noch Ende letzten Jahres mal so ganz neutral und weise geäußert und hat gesagt, die Gläubigen sollen sich die Wahlprogramme anschauen und sollen selbst entscheiden, welche Wahlentscheidung sie treffen. Und er hat da tatsächlich auch dezidiert gesagt, nimmt es würdigen zur Kenntnis, dass die Alternative für Deutschland noch die einzige Partei ist, die klipp und klar für den Schutz des ungeborenen Lebens steht. Während es ja die CDU, CSU 2021 aus dem Wahlprogramm geschmissen hat. Damit kann man nicht mehr die urbanen Massen ansprechen, mit denen man die Wahlen gewinnen kann. Also raus mit. So viel zu christlich im Namen. Und das fand ich extrem fair. Da habe ich mich total gewundert, weil ich hatte noch in meinem eigenen Bundestagswahlkampf 2021 das Ärgernis, dass er in Lindau aufgetreten war zu irgend so einem Drei-Länder-Schöpfungstag auf der Insel Lindau und hatte da gesagt, ja, also Parteien wie Alternativ für Deutschland, die den Klimawandel negieren, etc., die darf man auf gar keinen Fall wählen und so. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, habe auch ein Video dazu gemacht und habe ihm die Leviten gelesen, so habe ich das Video auch genannt, habe ihm das zugeschickt und dann hat er mir tatsächlich auch geantwortet und hat sich da bedankt dafür und dann habe ich eben gedacht, wow, und jetzt dieses Statement, wie mutig. Aber Anfang des Jahres, ich weiß es nicht mehr genau, aber die Bischofskonferenz, hat er dann einstimmig, auch mit seiner Stimme, beschlossen, dass der christliche Gläubige die Alternative für Deutschland nicht wählen kann, weil sie eben einen völkischen Nationalismus betreibe, verfolge, was auch immer das ist, das ist ja für sich schon einfach ein demagogisches Kampfwort, was gegen uns eingesetzt wird und jeglicher Grundlage entbehrt, sage ich mal hier verkürzt, und das widerspreche dem christlichen Gottes- und Menschenbild. Ach so, kann man mir das mal bitte theologisch darlegen, inwiefern? Also totaler Quatsch, aber sie wurden alle auf Linie gebracht. Und deswegen denke ich, wir dürfen gar nicht so sehr auf die kirchlichen Institutionen da oben schauen, sondern es kommt auf den einzelnen Pfarrer drauf an und es kommt auch auf die einzelnen Gläubigen drauf an. Manche stimmen mit den Füßen ab und machen so der Kirche Druck, weil auf Geldanreize reagieren sie ja offensichtlich. Bei den ausgefallenen Kollekten haben wir es ja gehört. Vielleicht. Und ich denke, die Kirchen richten sich einfach, das ist die leidliche Realität, immer nach der gesellschaftlichen Strömung, die vorherrschend ist in einer bestimmten Epoche, in einer bestimmten Region. Ich war jetzt heute in einem Live-Interview des weißrussischen Fernsehens, ganz spontan eingeladen, zu einer Diskussion. Da ging es darum, wie die globalistischen Eliten gegen den christlichen Glauben, gegen die christlichen Werte im Westen kämpfen. Weißrussland zählt sich ja nicht zum Westen, sondern schon zur orthodoxen Welt. Und da ist ja hier das Motto, Christus ist der Sieger. Und das wird dort aber auch noch gesamtgesellschaftlich hochgehalten. Dort spricht man über solche Probleme. So eine Diskussion wäre in ARD, ZDF undenkbar. Und da wurde ich eben dazu befragt, ja wie erklärt sich das, dass so massiv gegen christlichen Glauben, christliche Werte in unserer Gesellschaft heutzutage gekämpft wird. Und ich glaube, das müssen wir an der Basis lösen. Da können wir nicht darauf warten, dass irgendwann die Eliten umschwenken oder die Kirchenleitungen umschwenken, sondern Sie mit Ihrem Widerstand und dass Sie sagen, nein, ich widerrufe nicht. oder Sie mit Ihrem Widerstand, indem Sie einfach gegen allen Drohungen weiter diese Impfaufklärungsbroschüren verteilt haben und diese Bewusstseinsarbeit unter weit über einer Million Menschen geleistet haben. Dadurch haben wir tatsächliche Veränderungen erzielt. Also von der Basis her jeder einzelne Gläubige aufbegehren, die Stimme erheben, dann wird sich was verändern. Das ist mein Plädoyer. Aber da hätte ich jetzt eine Frage drängt sich ja jetzt dann doch auf, wenn es denn so war. Und ich glaube Ihnen als Zeitzeuge natürlich mehr als den Büchern, dass die Kirchenleitung auch in der DDR durchaus noch sozusagen widerständig war, näher bei den Menschen, bei den bedrängten Menschen war. Was hat sich denn dann geändert? Also sind Sie alle jetzt schon in Pension? Haben die das nicht weitergegeben, diese Haltung? Also warum fehlen heute, sage ich mal, die Kirchenoberen, die Ihnen beispringen würden? Also wo sind die? Oder vielleicht gibt es sie ja. Aber wir lesen nichts davon. Nee, die gibt es eher nicht. Das ist mir auch eine Frage. Wie kommt das? Eine Möglichkeit wäre die, dass Sie nach der Wende einfach gedacht haben, jetzt haben wir das hinter uns, die Diktatur. und das ist jetzt das Ideale, was wir haben wollen und nehmen schlicht nicht wahr, dass sich der Teufel was Neues einfallen lassen hat. Also so könnte ich mir das erklären. Wer ist der Teufel? Ich möchte da noch was aus der Erfahrung der Weltkirche beitragen. Ich habe ja an der Uni Tübingen noch viel Forschung zum Thema Christenverfolgung im islamischen Kulturraum gemacht. Und das ist eine empirisch belegte Aussage. Kirchen wachsen in der Verfolgung. Und die Verfolgung war natürlich definitiv noch stärker in der DDR. Und das hat sicherlich zusammengeschweißt. Das hat dann von unten bis oben die Strukturen, die Menschen zusammenstehen lassen. Das wäre jetzt meine Übertragung der Erfahrung, die man tatsächlich aus Vietnam, aus China, sonst wo hat. Wenn die Verfolgung der Gläubigen zugenommen hat, die Repressalien zugenommen haben, war genau das Gegenteil, was man sich erhofft hatte. Immer der Fall, die Gläubigen sind zusammengeströmt, wenn auch in den Verborgenen. Die Kirchen sind gewachsen und zwar exorbitant. Und ich denke, sie werden einfach letztendlich als Kirchen noch zu sehr verlockt werden können mit all diesen Lockmittelchen, die da draußen so verteilt werden. Gute Medienberichterstattung. Da sind ja auch die Freikirchen teilweise sehr empfänglich dafür, weil wenn sie irgendwo als Freikirche total kritisiert werden, verlieren sie auch letztendlich Spender, die sich an diesen Kirchen orientieren. Und da fehlt einfach wohl noch der Druck. Also von daher, wenn es noch schlimmer werden sollte, könnte es auch sein, dass es dann bald umkippt und wieder besser wird, dass man zusammensteht und Widerstand leistet. Also ich denke, bei der AfD kann man das auch ablesen, wo der Druck zugenommen hat auf die AfD, wo dann der Verfassungsschutz kam und gesagt hat, erwiesenermaßen rechtsextrem, dann sind die Leute zugeströmt. Wir waren schon unter 30.000 Mitglieder gesunken, jetzt sind wir bei 44.000. Seit diese Verfassungsschutzkampagne losgegangen ist, also das regt dann eher die Bürger an, zu sagen, Moment, also das geht doch nicht. Gerade im Osten, interessanterweise. Genau, wir lassen uns das doch nicht bieten. Aber ich würde auf Ihre Frage gerne nochmal eingehen. Es kann unter Umständen auch damit zusammenhängen, dass sich in den evangelischen, in den lutherischen Kirchen das Bewusstsein dafür, was Kirche ist, verflüchtigt hat. Also wir haben in der Augsburgischen Konfession von 1530 im Artikel 7 geklärt, was Kirche ist. Das ist die Versammlung der Gläubigen, bei denen das Evangelium recht verkündigt und die Sakramente ordnungsgemäß verwaltet werden. Mehr ist nicht nötig. So, und da haben wir also als Kirche die Versammlung der Gläubigen. Das ist nicht die Kirchenleitung. Und die Kirche ist dort, wo die Verkündigung stattfindet. Das ist diese eine Regierweise Gottes. Und dann gibt es die andere durch die weltliche Macht. Und ich würde die Kirchenleitungen der weltlichen Macht zuordnen, die schlicht dafür zu sorgen hat, dass diese Verkündigung in den Gemeinden stattfinden kann. Und auch diese ganzen Diskussionen, die wir führen, die müssen in den Gemeinden zuerst stattfinden und können dann vielleicht von Kirchenleitungen an der einen oder anderen Stelle mal zusammengefasst werden. Was aber überhaupt nicht geht, ist, dass die Kirchenleitungen vorgeben, was die Gemeinden zu sagen haben. Das ist komplett das Gegenteil von dem, was in der Lutherischen Reformation gewollt wurde. Oder die Versammlungen sogar verhindern, wie es in der Corona-Zeit der Fall war. Genau, da habe ich damals gesagt, also wenn die Kirchenleitungen da mitmachen, dann geben sie eigentlich ihren Status als Kirchen auf. Wenn sie sich nicht mehr versammeln, nach CA7 sind sie keine Kirche mehr. Und mir wäre wichtig, dass wir an diesen Punkten wieder anfangen zu diskutieren und die Gemeinden selber ein Bewusstsein entwickeln und sich von den Kirchenleitungen nicht in der Weise beherrschen lassen. Und das müssen Einzelne anfangen, das muss in den unter den normalen Christen losgehen und das fängt damit an, dass man sich der Erkenntnis der Reformation wieder bemächtigt schlicht Luther liest. Zum Ende, ich würde da gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ich habe ja vorhin gesagt, Quellen, direkt zu den Quellen. Ich empfehle dieses Buch weitaus mehr als Martin Luther. Das sind nämlich die Evangelien, das ist die ganze Bibel, wirklich zu Jesus Christus zurückgehen. Wenn wir uns Christen nennen, dann lasst uns zu Jesus Christus zurückgehen. Da gibt es so viel Sola Scriptura hat aber auch Luther gesagt. Ja, natürlich. Genau, deswegen muss man zur Heiligen Schrift zurückgehen und das Tolle ist, da sind wir ja ganz anders als die Reformation. Wir können ja lesen. Wer lesen kann, ist in entschiedenem Vorteil. Wir haben sie auf Deutsch sogar in verschiedensten Übersetzungen. Dank Luther. Ja, die erste von Luther, genau. Man kann verschiedene Übersetzungen lesen, die, die einem und sogar in Großdruck für alte Leute, kann man, ich bin ja auch schon einer von den Alten. Nicht nur für Alten. Nicht Großdruck, ich kann es noch lesen. Aber da bekommt man die revolutionäre Kraft. Dort bekomme ich die Kraft, weil er, mein Meister, gesagt hat, liebt eure Feinde. Tut wohl, denen, die euch hassen. Deswegen haben wir hier Woche für Woche gestanden und haben gebetet, sogar für Angela Merkel und Jens Spahn. Haben gesagt, wir segnen sie. Ja, ich habe immer wieder gerne gesagt, ich bin der Erste, der Angela Merkel dann im Gefängnis besuchen möchte. Wenn es dazu kommt. Ja, aber einfach die Quellen zu prüfen, weil das, das ist das Großartige. Deswegen habe ich Theologie studiert und habe das Neue Testament in Griechisch gelesen. Ich sage, die Originalworte von Jesus, wer diese sich durchliest, der, der kommt zu einer Quelle von Kraft, die einen Mut machen kann, in einer Gesellschaft wie dieser zu hören. Auch ihr seid das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten. Dieser, dieser Aufruf. Und dass Menschen mir sagen, ich möchte was Positives in diese Welt reinbringen. Ich möchte einer sein, der sich nicht vom Bösen überwinden lässt, sondern das Böse mit Gutem überwindet. Ja, das ist der Ruf von Jesus. Lebt auch als Licht der Welt. Lebt in der Liebe. Das ist, was jeder tun kann. Das ist wirklich, sage ich mal, die Botschaft der Hoffnung für mich, dass wir, wir können entscheiden, will ich mich an dem ganzen Wahnsinn beteiligen, will ich mir das immer reinziehen oder möchte ich was dagegen setzen? Und ich habe mich entschieden, möchte was dagegen setzen. Ich möchte, möchte eine Quelle der Liebe sprudeln lassen. Auch wenn ich mir das ab und zu mal angucke im Fernsehen, immer so dosiert, ja, hier und da mal YouTube. Aber man muss darauf achten, dass man sein Herz bewahrt und dass man, dass man die Hoffnung nicht verliert. Das spricht natürlich überhaupt nicht gegen Martin Luther, denn der hätte ja überhaupt nichts anderes gesagt als Sie jetzt. Genau, deswegen will ich es nochmal betonen. Das ist ja klar. Deswegen will ich es ja nochmal betonen. Das ist ja so selbstverständlich, aber ich finde an Luther eben so schön einmal die Interpretation und dann die Mischung aus hoher Intelligenz und Theologie und Humor. Er hat zum Beispiel, wenn Sie hier für die Obrigkeit gebetet haben, hat er auch gute Tipps gegeben, wie man für die Obrigkeit beten soll. Nämlich, dass Sie das Vernünftige tun. Ich sage mal so. Und wenn Sie es nicht tun, dann soll man weiter für Sie beten, dass Sie ohne Barmherzigkeit untergehen. Und das fand ich doch ganz gut. Ich muss es mal so sagen, ich muss es mal so sagen, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Jesus Christus und Martin Luther. Martin Luther hat leider auch Menschen sehr ausgegrenzt und hat sie dann sogar verfolgt und hat sogar dann zur Tötung von Juden und Verfolgung von Juden aufgerufen im Alter. Er hat sehr schlimme Dinge veröffentlicht. Und deswegen ist dieser Mann eine zwielichtige, also eine zweiseitige, zumindest doppelbürtige Persönlichkeit, was bei Jesus Christus und den Evangelien nicht der Fall ist. Das ist genau das Problem der Zeiten, in der wir jetzt leben. Die einen sind die Guten und die anderen die Bösen. Und das konnte Luther sehr gut, andere zu verteufeln. Und ich empfinde, das sollten wir gerade auch als Christen nicht, ich verteufle nicht Katholiken, evangelischen Leute, sondern wir sollten diesen Geist üben, ja, des Grundgesetzes, einander zuhören, wie wir auch gesagt haben. Vielleicht muss man sich da bei Luther auch klar machen, er hat immer gesagt, wir sind Sünder und Gerechtfertigte zugleich. Und was wundern wir uns, wenn wir plötzlich bei Luther Sünden entdecken? Natürlich. Was sonst? Er war ein Mensch und sogar Katholik, meines Wissens. Ja, natürlich. Und in der Synthese, um diesen Anstoß nochmal aufzugreifen, zurück zur Schrift, zur Bibel und zu Jesus, müssen wir ja auch feststellen, Jesus selbst war ja auch Opfer politischer Hetzjagden, so könnte man es auch nennen, der damaligen etablierten, klerikalen, kirchlichen Strukturen, die dann die staatliche Gewalt, damals die römische Herrschaft, missbraucht haben, um Jesus auszuschalten, als Stimme der Wahrheit, des Widerstands, etc. Und das sollten sich vielleicht die Christen einfach immer wieder in Erinnerung rufen. Wir sind nicht gerufen, einfach nur lieb und brav zu sein. Natürlich sollten wir in einem Gemeinwesen nicht alle Rebellen sein, sondern uns auch in Nächstenliebe gemeinschaftlich organisieren und auch eben den Autoritäten gehorchen, solange bis sie eben tatsächlich Dinge tun, die Gottes Willen direkt widersprechen. Und dann hat der Christ auch in Nachfolge Jesu, an diesem Beispiel kann er sich ausrichten, den Auftrag zum Widerstand. Ja, da gibt es eine Bibelstelle, die haben wir immer hochgehalten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5. Confessio Augustana, Artikel 16, steht genau das drin. Und dann schön erläutert, wie das aussehen soll. Das finde ich ganz gut, dass man da noch eine Interpretation dazu bekommt, wie man das dann ausgestalten kann. Also jetzt mit Blick auf die Uhr würde ich... Das verlinkst du bitte in der Sendung. Das verlinken wir, genau. Und ich finde den Ansatz interessant. Ich wollte noch mal jetzt zum Abschluss auf das Thema Lösungen kommen, aus diesem Dilemma. Bibel lesen, habe ich gerade erfahren, ist eine Lösung. Was sind noch Lösungen? Austritt aus der Kirche, bei der GEZ kommen wir nicht raus, bei der Kirche kommt man raus. Wo sehen Sie Lösungen aus diesem Dilemma? Oder die Klimagläubigkeit jetzt als Ersatzreligion akzeptieren? Das kann ja keine Lösung sein mit der CO2-Abgabe. Wo ist Ihre Lösung? Ja, also man hört ja häufig, das hat ja eh alles keinen Sinn und die da oben machen eh, was sie wollen und auch wenn ich AfD wähle, ändert sich ja auch nichts. Das ist ja eh alles von sonst wem und irgendwo gesteuert. Also wenn ich das glauben würde oder mich daran orientieren würde, dann wäre ich nicht in der Politik. Wer in der Politik ist, muss auch ein Gläubiger sein und Hoffnung in sich tragen, die Hoffnung auf die Möglichkeit, etwas zu ändern. Deshalb stützen wir uns nicht nur auf die Bibel, sondern auch auf das Grundgesetz, dass ja Gott sei Dank genau das, was wir tun, nämlich nicht nur das aktive, sondern auch das passive Wahlrecht auszuüben, ist ja kein Angriff auf unser Grundgesetz, auf unsere Verfassung, sondern damit erfüllen wir sie ja mit Leben. Und daran richte ich mich eben auf. Das ist aus meiner Sicht auch die Lösung, das Grundgesetz beim Wort nehmen und einfach den Menschen Alternativen aufzuzeigen gegenüber der zerstörerischen und auch Vernichtung abzielenden Politik der Altparteien, die ja mehr und mehr auch zu einer Art neuen Blockpartei werden und Kartelle bilden. Das erleben wir bei den Wahlkämpfen gerade in Ostdeutschland jetzt so, wo sie sich alle zusammenschließen. Das sollen sie nur tun. Dann gibt es eben nur noch zwei Alternativen, entweder diese Kartellparteien oder eben die AfD, in der wir beide uns engagieren. Ja, und das ist für mich die Hoffnung auf Lösungen und der Rest zu den einzelnen Lösungen. Ja, das steht in unserem Wahlprogramm. Michael, so sind Ihre Lösungsansätze. Also jedenfalls nicht in der Empfehlung zum Kirchenaustritt. Ich kann verstehen, dass Leute enttäuscht sind, aber ich finde es eigentlich besser, wenn von unten der entsprechende Druck kommt und deutlich gemacht wird, wozu sich Kirchenleitungen zu äußern haben und wozu nicht, was man von ihnen erwartet, nämlich eine Stärkung der Gemeinden und ansonsten selber am Glauben festhalten. Das kann man natürlich auch ohne Kirche, aber bisher waren die Kirchen ja auch der Garant dafür, sollten sie zumindest sein, dass der Glaube rein weitergegeben wird. Und ich finde es wichtig, dass die einzelnen Christen ihre Kirchen, also die, die dort Aufgaben übernehmen, darauf behaften und das deutlich machen. Das finde ich wichtig. Herr Dr. Rothfuß, Ihre Lösungsansätze aus diesem Dilemma? Ja, ich würde sagen, für jeden Einzelnen strahlt eure Überzeugungen ja, freudig aus, freundlich, aber notfalls auch wehrhaft. Also das heißt, einfach sichtbar werden mit seinen Überzeugungen in dieser Gesellschaft. Wenn das jeder Einzelne tut, dann verändert sich was. Nur durch das Verstecken, durch dieses, naja, was denkt der andere, kommen wir in so eine Situation rein, wo wir von oben gesteuert werden können. Das muss jeder Einzelne von unten her stoppen. Das ist ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich bei der Runde für diese aufhellenden Worte doch am Ende, dieses doch eigentlich dunklen Themas, was wir da beleuchtet haben. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mitgenommen, Sie gehen nach Hause, lassen Ihr Licht leuchten. Ist das richtig? Kann man das so sagen als Abschlusswort? Und muss man noch arm sagen? Nicht mehr. Schön, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt sage ich noch kurz was zu der Impfbroschüre, weil das vorhin angekündigt wurde. Wie kam es dazu? Als wir dann im Winter 2020 erfuhren, dass die jetzt wirklich ernst machen mit der Impfung und wir haben ja viele Vorträge von Herrn Bakhti gehört gehabt, da habe ich gedacht, also wir brauchen unbedingt irgendeine professionelle Broschüre, die auch in Apotheken und auch in Arztpraxen ausliegen kann. Und da habe ich ein bisschen rumtelefoniert, Leute wie Bodo Schiffmann und andere versucht anzufragen und dachte, ich kann irgendjemanden motivieren, dass wir gemeinsam eine Aktion machen. Und alle waren beschäftigt. Und zu der Zeit gab es einfach nur kleine Flyer, die, sage ich mal, so etwas billig daherkamen. Und ja, nachdem niemand mit mir zusammen so etwas machen wollte, habe ich gedacht, na gut, dann muss ich das selber machen. Ich hatte ja schon viel recherchiert und dann haben wir im Januar 2021 mit einer Grafikerin, auch aus der Nähe von Lindau sogar, Ravensburg, die Ecke, ja, mit einer Grafikerin, eine gute Freundin von uns, die hat dann gesagt, ich helfe dir. Und wir haben die ersten, was haben wir gedruckt? Ich habe gesagt, wir müssen sie so billig wie möglich produzieren, damit wir sie so reichlich wie möglich verschenken können. Und da war die Auflage 100.000 Stück. Und ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Papier gesehen, weil als ich die da drucken lassen, da sind wir mit 25.000 Euro in Vorleistung gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo soll die denn hingeliefert werden? Ja, schicken Sie mal zu mir nach Hause. Und dann rief die Spedition am Tag vorher an, so, wir haben jetzt acht Paletten, acht Tonnen Papier, wo sollen die denn hin? Und am Telefon sagen die, acht Tonnen, die können nicht auf meinen Hof. Acht Paletten. Und dann haben wir kurzzeitig unser Kaffee Mandelzweig, unsere Versammlungsräume im Wedding, umfunktioniert als ein Logistiklager. Die ersten 100.000 waren gedruckt und dann haben wir die ins ganze Land verschickt, auf Demos verteilt, quasi gratis verschenkt. Und aus 100.000 wurden 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Von der ersten Broschüre haben wir 850.000 Stück gedruckt und im ganzen Land versandt. Ohne irgendein Logistikteam. Wir haben dann zwei, drei Leute mit Minijob eingestellt und haben das quasi alles über zu Hause in gemeinnütziger Vereinsarbeit gemacht. Und dann haben wir, ja, viel, viel Arbeit gehabt und dann kam das Jahr 2022 und ich habe gemerkt, wir müssen nochmal nachlegen, weil die Leute lassen sich wirklich nochmal boostern und sie lassen sich nochmal boostern. Und dann haben wir diese zweite Broschüre rausgebracht und davon haben wir dann nochmal um die 300.000 Stück im ganzen Land verschickt. Ja, und ich würde bis heute sagen, ich habe es von ganz vielen Ärzten, Apothekern gehört, es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn man über Handy recherchiert, als wenn man was in der Hand hat, wo man wirklich mal Zahlen und Fakten sieht. Deswegen, ich kann die bis heute empfehlen. Man kann sie bis heute über unsere Webseite mandelzweig.org oder christendemwiderstand.de kann man sie bestellen. Alles Gute! Alles Gute!